Wir sind das Eduard Spranger Berufskolleg in Hamm in Westfalen. In der Zeit vom 13. bis 24. März 2017 fanden an unserer Schule im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus viele Projekte und Aktionen statt gegen Rassismus an unserer Schule. Das ist die ITA 1, die Höhere Berufsfachschule für Informationstechnik. Im Rahmen der Projektwoche hat die Klasse in einer Filmbox Erfahrungsberichte und Statements zum Thema Rassismus mit der Kamera eingefangen. Ich war vor einem halben Jahr in Schweden und da einmal ein Mann hat mich gesehen und ja, der war blond und ich habe schwarze Haare und deswegen hat er mich irgendwie beleidigt und er meinte, ey, du hast schwarze Haare, was machst du hier, gehst du da im Land und so. Aber andere Leute sind zu ihm gekommen und die haben mich angenommen, die sagten, er hör nicht zu und so. In der Schule, in der Mittelstufe, da haben halt andere Schüler, andere Kinder mit einer etwas dunklen Hautfarbe auch gerade mit unschönen Wörtern beleidigt, die sich dann auch halt auf das äußere Aussehen beziehen und so. Ich habe noch nie irgendwas mit Rassismus erlebt. Ich bleibe immer höflich und die Leute, die mit mir sind auch. Also, was ich schon mal mit Rassismus erlebt habe, ist, dass ich damals Fußball gespielt habe in der Jugendabteilung und dass man uns halt mit Kanaken, Scheißkanaken, ihr Scheiß-Ausländer beleidigt hat. Natürlich sind wir auch hier geboren, aber Migrationshintergrund, meine Eltern kommen aus der Türkei und das ist halt nicht gut fürs Umfeld, wenn man sich beleidigt fühlt mit Scheißkanaken, du Scheiß-Kümmeltürke, die halt alle im Schwarzkopf, die man nicht rein lasst, wenn man irgendwo feiern gehen möchte. Das ist halt für mich Rassismus. Mein Name ist Steffen Piegenbrink, heute stehe ich hier am ESB mit dem Schulleiter Herrn Schmerder, um ihm einige Fragen zu stellen. Und da kommt auch schon die erste, nämlich wie viele Nationen sind hier an der Schule vertreten? Ja, in Vorbereitung einer kleinen Begrüßungsrede, die ich nächste Woche Mittwoch dann heranhalten möchte, wenn einige andere Schüler das sich anschauen, was in dieser Woche so hergestellt und dargestellt worden ist, habe ich einfach mal nachts gezählt und wir haben tatsächlich 39 Nationen aus drei Erdteilen hier an der Schule. Alles klar, das ist schon eine ganz schöne Menge. Wir nehmen an den internationalen Projektwochen teil. Wie kam es zu dieser Teilnahme? Es ist eine Anregung unserer Schulsozialarbeit, das Herr Mohamed Lamzia, die wir gerne aufgegriffen haben. Die Idee ist schon etwas älter, aber jetzt ist es zur Umsetzung gekommen und ich freue mich, dass es dieses Jahr dann auch geklappt hat. Gut, und was halten Sie davon? Das kann man natürlich nur begrüßen, wenn man so viele Nationen unter einem Schuldach hat, dann ist es wichtig, dass man sich auch mit den anderen Kulturen, aus denen eben diese Schülerinnen und Schüler stammen, beschäftigt und das ist ja ein Teil dieser Veranstaltung, dieser Woche. Und ich denke mal, je mehr man über den anderen lernt und über seinen Werdegang und seine Herkunft, umso besser ist es, das zu verstehen und es vermeidet einfach auch Konflikte. Dann bedanke ich mich, dass Sie sich dafür Zeit genommen haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Nun kommt die MBA 2, die Höhere Berufsfachschule für Maschinenbautechnik an unserer Schule. Im Rahmen der Projektwochen machten die Schülerinnen und Schüler einen Stadtrundgang mit den Schwerpunkt NS-Geschichte. Wir haben jetzt einen Blick auf den Balkon, der sogenannte Führerbalkon, der aber keine Funktion hatte, sondern die Bevölkerung daran erinnern sollte, dass der Führer, egal in welcher Situation, immer bei Ihnen ist und über Sie wacht. Wie macht man die Bevölkerung dafür stimmig, dass die beim Krieg mitmachen? Also erstmal, indem man ihnen vorher immer sagt, die anderen sind die Bösen. Das hat man über Jahre hinweg gemacht, immer ein bisschen mehr. Die Polen-Hetze, die bösen Engländer, die Russen sowieso. Ja, das kann man ganz gezielt machen, solange bis die Leute das alles auflaufen. Das ist für euch die Aufforderung, auch heute zu überlegen, was macht man mit euch? Welche Nachrichten seht ihr? Welche Nachrichten lest ihr? Ja. Und ab und zu kamen die sogenannten Kettenhunde von der Armee, die gucken wollten, ob noch irgendjemand ein Mann da ist, den sie einem Freund schicken könnten. Und die Leute, die hier wussten, dass er Jude ist, die haben durch eine Flüsterpropaganda, der Bunker war ja voll, Treppe hoch, und die Leute haben ihn hier unter dem Bett versteckt. Also auch ein Beispiel dafür, wie andere den Mut hatten, sich nicht einfach dieser Ideologie, die Juden sind die Bösen, zu fügen. Ich finde das schon toll. Jetzt kommt die IFKB, die internationale Förderklasse an unserer Schule. In dieser Klasse sind Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Nationen versammelt, die als Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Im Rahmen der Projektwochen haben sie eine Landkarte mit ihren Fluchtwegen erstellt. Wir sind hier am Eduard Spanger Berufskolleg in der Mala-Werkstatt bei der IFKB und verfolgen sie bei ihrem Projekt. Und ich führe jetzt ein Interview mit jemandem und frage ihn, was sie machen. Hallo. Also stellen Sie sich einmal kurz vor. Mein Name ist Abdul Qudus Safi. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin seit zwei Jahren hier in Deutschland. Okay. Und was machen Sie heute in Ihrem Projekt? Also unsere Lehrer hat uns gesagt, müssen wir zeigen, dass wir hierher gekommen sind. Und dann nach Griechenland. Ja, okay. Und wie war Ihr eigener Weg? Es ist schwer zu sagen, aber ich sage auf jeden Fall. Am 13.05.2015 aus Kabul nach Moskau geflogen. Wir sind danach von Moskau mit dem Auto nach Rostov gefahren. Da war ich einen Tag und dann von Rostov nach Moskau wieder. Da war ich drei oder vier Tage und dann haben wir von Moskau nach Ukraine gefahren mit dem Auto. Und von Ukraine sind wir nach Odessa gefahren. Odessa ist auch eine Stadt aus Ukraine. Sehr schön. Und von Odessa, wir sind mit dem Auto nach Ungarien gefahren. Und von Ungarien in einen Tag nach Österreich und dann nach Deutschland. Leipziger Stadt. Das gehört Hessen. Und jetzt wohne ich in NRW, Nordrhein-Westfalen. Okay. Und wie lange hat das gedauert? Es dauert so 15 Tage. Okay. Danke schön. Bitte schön. Hallo. Ich bin Peter Elia. Ich bin Aramea aus Syrien. Ich mache jetzt Interview mit zwei Mädels aus Syrien, aus meiner Heimat. Und wir möchten das in Arabisch machen. Jetzt die erste Frage. Warum geht es in Ihrem Projekt? Ich habe jetzt die Frage. Warum ist das hier? Ich habe jetzt die Frage. Ich habe jetzt die Frage. Das ist die Frage, die wir in Syrien nach Deutschland gekommen sind. Und was haben wir in Syrien? Und was haben wir in Syrien? Ich sage Ihnen, was ist das, was wir versuchen, mit diesem Projekt zu bewerfen? Ich mache jetzt eineante Beziehung von den Einnahmen aus Syrien zu Deutschland. Das Ziel dieses Projekts ist, Sie möchten betonen, welche Schwierigkeiten sie unterwegs hatten und was passiert mit Flüchtlingen, wenn sie durch die Grenze gehen. Ich bedanke euch und wünsche euch einen schönen Tag. Ich finde das auch scheiße, dass Leute gemobbt werden, nur weil sie anders sind oder anders aussehen oder weil sie nicht dünn genug sind. Ich finde das auch schlecht, wenn man rassistisch ist. Es ist egal, wo man herkommt, ob man schwarz ist oder weiß oder gelb. Egal ob man schwarz ist oder weiß ist, jeder ist ein Mensch, jeder müsste eigentlich Gleichberechtigung kriegen. Ich muss sagen, Rassismus ist eigentlich unlogisch. Wieso sollte man jemanden unter sich stellen, einfach nur weil er von einem anderen Ort geboren wurde, von einem anderen Ort ist oder halt anders ist als andere? Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Immerhin, wieso? Das wäre so, als würde man die Farbe weiß dafür kritisieren, weil sie weiß ist und nicht blau. Obwohl die Farbe weiß nichts dafür kann, dass sie weiß ist und nicht blau. Das macht aber gar keinen Sinn. Nun kommt die FOSB, die Fachoberschule für Gestaltung am ESB. Die Klasse digitalisierte und erstellte im Rahmen der Projektwochen Buttons für das Thema gegen Rassismus. Hallo, wir sind hier in der Klasse der FOSB am Eduard Spranger Berufskolleg. Die Klasse hat den Schwerpunkt der Gestaltungstechnik und die haben während den internationalen Wochen gegen Rassismus eigene Buttons designt und auch hergestellt. Und hier ist jetzt eine Präsentation, das kann man hier alles sehen und die Schüler werden jetzt selber etwas zu ihren eigenen Buttons erzählen und Mathilda fängt jetzt an. Ja, das hier ist meiner. Was ich bewusst ausgedruckt habe und was auch sehr auffällig ist, ist die Schrift. Ich habe hier einen Übergang zu einer sehr altmodischen Schrift, zu einer ziemlich etwas neueren Schrift. Und das steht halt dafür, dass keine Rassen, also Rassen ist etwas sehr altmodisches und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir sollten halt aufhören, rassistisch zu denken und rassistisch zu denken und alle Menschen auf der Welt respektieren und akzeptieren. Ich möchte eine Schule ohne Rassismus und ohne Diskriminierung. Ich möchte eine Schule ohne Rassismus und ohne Diskriminierung. Wir wollen eine Schule ohne Rassismus und ohne Diskriminierung. Wir wollen eine Schule ohne Rassismus und Diskriminierung. Wir wollen eine Schule ohne Rassismus und Diskriminierung. Wir wollen die Mafia, die Mafia und die Mafia, in Africa. Wir wollen unsere Schule ohne Rassismus und die Diskriminierung. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020